servus leute zu dedy kong racing jetzt wieder mit dem gast so da gehen wir hier rein everfrost peak mit silver coins jetzt das wird schwierig es war mit dem flugzeug genau das war eigentlich nicht so schwierig glaube ich erinnere ich mich gar nicht so schwer dass die silver coins so schwer waren da fach hier war irgendwo eine genau hier fach ich habe verpasst ist ja kein ding jetzt ich muss ja nicht alle gleich sammeln zum glück nicht oder gott habe ich auch ja genau da oben war noch eins wir merken uns paar gott drei habe ich verpasst war schon welche das hier nämlich und noch eins irgendwo hier nicht hier war es nicht doch keine ahnung eins habe ich irgendwo verpasst weißt du noch wo das war weißt du noch wo das war boah scheiß internet alter wo ist das andere bringt mir ja nichts ich muss alle silver coins sammeln du opfer ich finde nur das letzte irgendwie nicht ich finde eins nicht eiskalt finde ich eins nicht hier ah so fast egal so jetzt nehme ich diese münze hier noch mit gerne mache ich da was nnen 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 okay jetzt weiß ich alle ich habe glaube ich eins vergessen gehabt keine ahnung wieso ich so dumm bin jetzt auch egal ich habe jetzt diese silver coins ja genau ich trete genau auch noch darauf ja schön ach man so jetzt bin ich erst dann habe alle silver coins nur noch eine runde ich brauche nur noch eine rakete also eine zielrakete und die habe ich das heißt ich habe schon mal sicher gewonnen ihr könnt sagen was ihr wollt ich habe gewonnen ich habe meine erste strecke mit silver coins geschafft sehr gut sehr gut welche kommt jetzt danach diese hier wal walrus kauf silver coins so ob wir hier alle kriegen ist noch nicht so einfach hier glaube ich na die ist geschenkt ja dies geschenkt sag ich mal so Fuck, ich muss hier in der Richtung Du Hundesohn Du kleiner Missgeburt Ich hasse dich Hä? Wie konnte ich dir jetzt verfehlen? Didi-Kong, erklär mir das Ach, die sind echt scheiße hier Oh Mann, oh Mann Das wird eine Challenge Die sind ja richtig scheiße hier Siehst du was? Fabi Siehst du die? Also die Silver Coins Wie asozial die meisten sind Hast du es gesehen oder nicht? Da ist eine Die will ich sofort haben Boah, ihr Arschlöcher, Alter Ich hasse eure Drecksmütter Hier, guck mal, wie asozial das ist, bitte Oder was meinst du zu diesen Coins hier Und mir fehlt immer noch eine Wo ist denn die bitte? Links, glaube ich Oh, gut Gott getroffen Ist da wenigstens Ja, da ist die letzte Aber ich hab verloren Das ist nicht einfach Die Silver Coins sind ja eigentlich die Herausforderung Sonst nichts Weiß Ich wär vierter geworden Einigermaßen gut Finde ich Für das erste Mal So Die ist geschenkt Würde ich mal sagen Fassen jetzt Kommen jetzt Kranke Das ist auch noch geschenkt Dafür sind Umso mehr asozialer Oder was meinst du? Vor allem diese hier Gott Die hier Ist auch nicht fair Solche Arschlöcher Ich weiß, wo die anderen sind Keine Angst Eine habe ich vergessen gehabt Ich weiß wo Und da links ist noch eine Das heißt, die müssten wir jetzt in dieser Runde Eigentlich bekommen Wir sind fünfter Das ist etwas schlecht Aber das müssen wir jetzt schon packen Irgendwie müssen wir das ja packen Da ist sie nämlich Wenn ich sie kriege Du Arsch Ich hasse dieses SilverCoin, Alter Ist die nervigste Wirklich nervigste SilverCoin aller Zeiten Die hat sich einen Titel bei mir verdient Warum bist du so still? Nicht zu sagen Ich bin müde Naja Ich auch Ich gehe auch gleich pennen Aber ich will jetzt erstmal den Part zu Ende machen Weiß Bist dann gleich auch dabei Bin ich aufnehme Ich dachte, du gehst gleich pennen Nein, ich gehe nicht Denn ich bin nur müde Bist dann kommentiert Nee, kommentiert lieber wenn du Fit bist, weil wenn du müde bist Scheiße, du musst du die ganze Zeit gehen Ich gehe auch gleich pennen, deswegen Ich werde müde langsam, meine ich Deswegen Ich will doch nicht Ich bin ja nicht so, wie ich bin Ich bin ja müde, aber ja Du hörst dich müde, aber ja Das ist schon schlimm Nein, warum du Scheiß-Bastard Ja, so kann ich mich auch aufregen Du holen Sohn Du weißt du, wie ich mich aufrege, wenn ich dann verliere Ich klinge ja schon müde, ne Ja, deswegen Ja, weißt du, wenn ich aufstecke, weiß, wie ich dann klinge Du holen Sohn Ich dachte, dass der Chili geht Der Chili Der Chili Der Ausrasten Boah, ich hasse diese Silberkeun Diese auch Oh, verfickte Gelbkeun, kann ich nicht mehr überleben Diese ist sowieso scheiße Und ich schaffte Das hat die perfekte Schaffte Die ist auch beschissen, oder? Ja, Mann Die sind mitten in der Die sind mitten im Arsch der Welt Oh, geil, ich musste bläde Okay, jetzt nur noch drei Stück Und die drei scheißesten, die es gibt Jetzt kommen die drei scheißesten, die es gibt Und die müsste ich natürlich in zwei Runden holen Werde ich wohl nicht schaffen, aber egal Fuck the shit Fuck the shit Natürlich diese scheiß Silberkeun hier Die ist so viel gemein, oder? Was meinst du zu dieser Star Äh, die Silberkeun Die ist scheiße Wie? Wie Salami Brot So Gott, darf ich jetzt mal? Jawoll! Jetzt hab ich alle Ja Und bin vierter Jawoll Hat's gut geklappt mit dem Ding Magnet Ich bin dritter Ich muss jetzt nur noch erster werden Ist halt auch der Kick Weil du musst ja immer erster werden Ist ja auch nicht grad leicht immer Vor allem bei diesem Silberkeun noch Es gibt ja noch eine Schwierigkeit dazu Also es ist schon ein schwieriges Spiel Muss man schon sagen Der ist ein Aha-Schlaf Ich bin erster! Yeah! Es ist Das wird noch schwieriger Glaubt mir Ich fall hier schon Und ich hab das Spiel so durchgesuchtet Verstehst? Also wenn ich schon Schwierigkeiten hab Welcher hast du dann? Egal weiter geht's hier Haben wir noch Zeit für diesen noch? Für diese Strecke haben wir noch Zeit? Oh ne Oh ne Das sind die Silbercoins so richtig kacke So richtig Ich kenn das noch Ich erinnere mich Dann mach das doch im nächsten Fall lieber Ne ne Das will ich jetzt hinter mir haben Okay Eine war so richtig schwer versteckt Die war so unfair Voll die Arschlöcher Eine war hier War hier Jetzt geh ich mal nach links Weil da muss ich auch noch lang Das ist nämlich hier eine Und ich hab geil Ich hab das 3er Ding hier Das glaubst du mir will es rum Rüberkommen nicht Mein Kopf bleibt Oh ne Mach doch Sag dein Ding was du machst Minecraft ist doch cool Das ist beliebt Würde ich mal sagen Boah du hast du Eine Münze brauch ich noch Und erster muss ich noch werden Und ich hab's schnell geschafft Ich hab mich glaube ich verwechselt Das war hier doch nicht so schwer Hier war's nicht so schwer Fuck Genau Deine fette Mutter Aber die sind nicht so schwer Aber die sind nicht so schwer Deswegen ist es nicht so schlimm Es macht auch Bock Wieso hab ich die nicht bekomm Nö 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 Du heil Du heil Du heil Das ist aschlich alter Ich hasse dich Ich hasse dich I wanna be Fack den Motor und mach Pornigy Amore sie Es ist das möglich Und ich Was sieht das aus Was Es ist wirklich möglich Das wird das aus Nö Wieso konnte der jetzt nicht fahren Deine Oma Scheißspiel Deine fettelte Mutter Na noch mal neu so an einer Scheiße eine Kraft aus Heizmann soll ich eben schluck meine Wichse war ich will diese Söder Köln okay jetzt bin ich zufrieden er soll als die jetzt auch wenn jetzt auf einmal tust du mal kurz passen ich hasse Silber Kreuz schon immer das ist schon der Haft hat sich noch nicht mal auf der Welt war Prozent und nun ist schon mal egal er war zwei Stück vergessen das muss ich jetzt holen auf den ersten Versuch muss ich schaffen schaff ich nie im Leben weil die so krank sind hier nur noch erste werden komm Arschloch du kleines Arschloch das wird noch so einen Spaß machen dieses Spiel was meinst du ne ich habe aber ich soll nicht mal Spaß haben es ist nicht so schlimm ist ja nicht so schlimm jetzt jetzt fällig ja nicht tausendmal oder so ja weil ich jetzt habe ich die schlimmste Silber Kreuz erst mal geholt besser so oder okay nur noch zwei eine kriegt man hier links und die an und die andere weiß ich habe ich auch war nicht schwierig ich bin durch den Baum geglitscht da jetzt schaff ich es ohne Probleme erster zu werden hoff ich sonst Fick ich euch Leute trifft nicht mal ein Zentimeter Entfernung trifft er mich nicht mal lol wo ist der erste guck mal wie weit der schon ist der Arsch lol hast du das gesehen wie weit der war weil die keine Silber Coins sammeln müssen deswegen sind sie nicht so weit diese Arschlöcher oder wenn die alles Silber Coins sammeln würden würden die nicht mal Achter schaffen die Bastarde eigentlich sollte hier Gleichberechtigung herrschen und was meinst du sei es habe ich wie es selber Coins das ist schon mal gut die Zinsen sind meine Eltern dafür muss ich rede ja wenig nach jetzt kannst auch drei mal an warum müde Müde Doch, du bist müde Das weiß ich bestimmt Fuck, jetzt muss ich beide nehmen Keine Ahnung, wie man das machen soll Hätte ich's lieber nicht so gemacht Ich bin ein Idiot Ich bin ein verdammter Idiot Das muss ich nochmal machen Aber ist jetzt noch nicht so schlimm Ich feile hier wirklich Ey, du Penner So, dann hab ich schonmal 5 6 6 mal 6 ist 6 Mal Spaß 36 Aber ich brauch jetzt erstmal Ein Ne Silvercoin Dann erster Wer hat denn Schaff ich doch bestimmt Oder meine Freunde Es wird nicht so einfach Diese rechte Starcoin zu bekommen Und jetzt überholt diese Penner Penner Was ist das? Was ist das? Was ist das? ach komm fangen wir hier wieso wieso muss ich so fällen gleich am anfang scheiß miss geburt okay egal jetzt schon wieder dieser anrufe haltet scheiß skype scheiß internet scheiß auf die welt ach so die rechts habe ich schon egal da muss ich nur noch die linke bekommen die ist nicht schwierig meiner meinung nach lol habe ich jetzt ernsthaft kein item bekommen warum kriege ich die nicht das ist doch ein scheiß trick ach komm ich gehe rechts lang rechts erstmal das wird noch spaßig warum knallst du dagegen du fette stück scheiße ach ich hasse dich du scheiß scheiß miss geburt egal jetzt erstmal ich will jetzt nur meine silver coins haben ich gehe mir schon penetrant auf den sack das ist doch alles krank welcher kranke bastard denkt sich das aus alter wirklich jetzt nein spaß ich liebe dieses spiel aber es soll mal echt leichter werden nein so passt es schon herausforderung soll ja jeder mal haben finde ich jetzt rechts muss ich jetzt lang jawoll das heißt ich hab's so gut wie geschafft yeah war das krank ok warte mal wir haben jetzt drei stück geschafft und dann im nächsten part geht es hier weiter meine friends das spiel habe ich schon oder warte mal ich will mal meinen status schauen ja hab ich ja hab ich zwei den boss bekomme ich ja jetzt gleich die trophäe muss ich ja dann auch noch verdienen ok dann leute tschüss bis zum nächsten part servus leute zu dedy kong racing jetzt wieder mit dem gast dedy kong so dann gehen wir hier rein hey everfrost peak mit silber coins jetzt das wird schwierig das war mit den flugzeug genau das war eigentlich nicht so schwierig glaube ich erinnere ich mich gar nicht so schwer dass die silber coins so schwer waren da ah fuck hier war irgendwo eine genau hier ah fuck ich hab ein paar gepasst ist ja kein ding jetzt ich muss ja nicht alle gleich sammeln zum glück nicht oder gut hab ich auch ja genau da oben war noch eins wir merken uns paar gut drei habe ich verpasst ich weiß schon welche das hier nämlich nicht und noch eins irgendwo ne hier nicht hier war es nicht oder doch keine ahnung hey eins habe ich irgendwo verpasst weißt du noch wo das war weißt du noch wo das war weißt du noch wo das war boah scheiß internet alter wo ist denn das andere wo ist denn das andere bringt mir ja nichts ich muss alle silber coins sammeln du opfer ach ich finde nur das letzte irgendwie nicht ich finde eins nicht eiskalt finde ich eins nicht hier so fast egal so jetzt nehme ich diese Münze hier noch mit gerne mache ich da was nnen 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 n δεν 2 sei jenemals das wirklich nötig so konnte der jetzt nicht fahren deine Oma Scheißspiel und für deine Fälle auf der Mutter da hat noch mal neuer so an das Scheiße L eine Kraft aus als Mann sei liebten schlug meine Wichse war ich will diese selber kommen jetzt bin ich zufrieden er soll aus dem auch wenn er doch einmal zu spüren Kreuz fassen ich hasse Silber Kreuz schon immer das ist schon der Haft hat sich noch nicht auf der Welt war Prozent und nun ist schon mal egal zwei Stück vergessen du musst jetzt holen auf den ersten Versuch muss ich schaffen schafft sie im Leben weil die so krank sind hier nur noch erste werden Arschloch du kleines Arschloch das wird noch so einen Spaß machen was meinst du ne ich habe aber nicht so lange ich meinen Spaß haben ist es nicht so schlimm ist ja nicht so schlimm jetzt jetzt fällig ja nicht tausendmal oder so ja war ich jetzt habe ich die schlimmste SilverCoin erst mal geholt besser so oder okay nur noch zwei eine kriegt man hier links und jahren und die andere weiß ich habe ich auch war nicht schwierig ich bin durch den Baum geglitscht da jetzt schafft es ohne Probleme erster zu werden doch nicht sonst fisch ich euch Leute trifft nicht mal ein Zentimeter Entfernung trifft er mich nicht mal lol wo ist der Erste guck mal wie weit der schon ist der Arsch lol hast du das gesehen wie weit der war weil die keine SilverCoin sammeln müssen deswegen sind sie nicht so weit dieser Arschlöcher oder wenn die alle SilverCoin sammeln würden würden die nicht Wachter schaffen die Bastarde eigentlich sollte ich die Gleichberechtigung herrschen oder was meinst du mhm so jetzt habe ich vier SilverCoin das ist schon mal gut fünf du Wichser wieso musst du meinen Item weg dafür muss ich ja ähm wenig nach jetzt nicht die Herausforderung sonst nichts weiß ich wäre vierter geworden einigermaßen gut finde ich für das erste Mal so die ist geschenkt würde ich mal sagen passen jetzt kommen jetzt Kranke das ist auch noch geschenkt dafür sind umso mehr asozialer oder was meinst du vor allem diese hier Gott die hier ist auch nicht fair solche Arschlöcher ich weiß wo die anderen sind keine Angst eine habe ich vergessen gehabt ich weiß wo und da links ist noch eine das heißt die müssten wir jetzt in dieser Runde eigentlich bekommen wir sind fünfter das ist etwas schlecht das müssen wir jetzt schon packen irgendwie müssen wir das ja packen da ist sie nämlich wenn ich sie kriege du Arsch ich hasse diese Silvercoin Alter die ist die nervigste wirklich nervigste Silvercoin aller Zeiten die hat sich einen Titel bei mir verdient warum bist du so still ich bin müde naja ich auch ich gehe auch gleich aber ich will jetzt erst mal den Part zu Ende machen weiß bist du dann gleich auch dabei bin ich aufnehmen ich dachte du gehst gleich pennen nein ich gehe nicht wenn ich bin nur müde dachte ich dann kommentiert nee kommentiert lieber wenn du fit bist weil wenn du müde bist ist scheiße du musst die ganze Zeit gehen ich gehe auch gleich pennen ich werde müde langsam ein deswegen ich will doch nicht ich bin ja nicht so wie ich bin ich bin in der Europäischen das ist schon schlimm nein warum du scheißbastard so 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 kann ich mich auch aufregen du Hurensohn so weißt du wie ich mich aufregen wenn ich dann verliere ich klinge ja schon müde ne ja deswegen ja weißt du ja wenn ich auch stecke weiß wie ich dann klinge du Hurensohn ich dachte du bist der Chili der ausrasten der Mann ich hasse diese Silberkoll diese Euro Köln überleben um diese ist sowieso scheiße und es ist schon für die perfekte Schatz dies auch beschissen oder die jungen Die sind mitten in der... Die sind mitten im Arsch der Welt. Okay, jetzt nur noch drei Stück. Und die drei scheißesten, die es gibt. Jetzt kommen die drei scheißesten, die es gibt. Und die muss ich natürlich in zwei Runden holen. Werde ich wohl nicht schaffen, aber... Egal. Fuck the shit. Und das... Jetzt bin ich Erster und hab alle Silver Coins. Nur noch eine Runde. Ich brauch nur noch eine Rakete. Also eine Zielrakete. Und die hab ich. Das heißt, ich hab schon mal sicher gewonnen. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich hab gewonnen. Ihr Nazis. Fuck. Okay, ich hab gewonnen. Ja, Baby. Done. Habe meine erste Strecke mit Silver Coins geschafft. Sehr gut. Welche kommt jetzt danach? Diese hier. Wal... Walrus Cove. Silver Coins. So. So. Ob wir hier alle kriegen, ist es auch nicht so einfach hier, glaube ich. Ja, die ist geschenkt. Sag ich mal so. Oh Gott. Fuck, ich muss hier in der Richtung... Du Hundesohn! Du kleiner Missgeburt. Ich hasse dich. Hä? Wie konnte ich die jetzt verfehlen? Dedekong, erklär mir das. Ach, die sind echt scheiße hier. Oh Mann, oh Mann. Das wird eine Challenge. Die sind ja richtig scheiße hier. Siehst du was? Fabi. Hä? Siehst du die? Also die Silver Coins. Wie asozial die meisten sind. Hast du es gesehen oder nicht? Da ist eine. Die will ich sofort haben. Boah, ihr Arschlöcher, Alter. Ich hasse eure Drecksmütter. Hier, guck mal, wie asozial das ist, bitte. Oder was meinst du zu diesen... Coins hier. Und mir fehlt immer noch eine. Wo ist denn die bitte? Links, glaube ich. Oh, gut. Gott getroffen. Ist da wenigstens... Ja, da ist die letzte. Aber ich hab verloren. Das ist nicht einfach. Die Silver Coins sind der Eid, Bitch. Natürlich diese scheiße Silver Coins hier. Dies so viel, oder? Was meinst du zu dieser Star? Äh, die Silver Coins. Die scheiße. Wie? Wie Salami Brot. So. Gott. Darf ich jetzt mal? Jawohl. Jetzt hab ich alle. Yeah. Und bin Vierter. Jawohl. Hat gut geklappt mit dem Ding. Magnet. Ich bin Dritter. Ich muss jetzt nur noch Erster werden. Das ist halt auch der... Kick. Weil du musst ja immer Erster werden. Ja. Ist ja auch nicht grad leicht immer. Vor allem bei den Silver Coins noch. Es gibt ja noch eine Schwierigkeit dazu. Also es ist schon ein schwieriges Spiel. Muss man schon sagen. Der ist ein Ahaschloch. Das wird noch schwieriger. Glaubt mir. Ich fall hier schon. Und ich hab das Spiel so durchgesuchtet. Verstehst? Also wenn ich schon Schwierigkeiten hab. Welche hast du dann? Egal. Weiter geht's hier. Haben wir noch Zeit für diesen noch? Für diese Strecke haben wir noch Zeit? Mach doch. Oh ne. Das sind die Silver Coins so richtig kacke. So richtig. Ich kenne es noch. Ich erinnere mich. Mach das doch den nächsten Part lieber. Ne, ne. Das will ich jetzt hinter mir haben. Oh cool. Eine war so richtig schwer versteckt. War so unfair. Von ja, schlächer. Eine war hier. Jetzt geh ich mal nach links, weil da muss ich auch noch lang. Das ist nämlich hier eine. Und ich hab geil, ich hab das Dreier-Ding hier. Was glaubst du mir, wenn du rum rüberkommst, 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 rüberkommst. Und ich hab's schnell geschafft. Ich hab mich, glaub ich, verwechselt. Das war hier nicht, doch nicht so schwer. Hier war es nicht so schwer. Fuck! Genau! Deine fette Mutter! Aber die sind nicht so schwer. Deswegen ist es nicht so schlimm. Es macht auch Bock. Wieso hab ich die nicht bekommen? Nö. Wo ist das? Nee, ich hab die bestimmt berührt. Ich war ganz drauf, you, Opfers. Lügt nicht rum. Sonst, wie kommt man da überhaupt rein? Hey! Hey! Das ist ein Arschlisch, Alter. Ich hasse dich! Ich war eine wie, fuck dir deine Mutter und ich mach Pornigy. Ist das so schlücklich, Leute? Ich stehe das aus. Das tut mir so. Bis zum nächsten Mal.